Wir sind heute hier, um im Rahmen einer Werbekampagne eine neue Visualisierungsmethode vorzustellen, welche dem Patienten eine Vorschau auf sein neues Lächeln zeigt. Dabei wird nicht nur das ästhetische Ergebnis berücksichtigt, sondern der Patient kann auch überprüfen, ob die Phonetik gut funktioniert oder Meinungen von Freunden einholen und fragen, was sie vom neuen Lächeln halten. Auf diese Weise fällt es dem Patienten leichter zu entscheiden, ob er weitere Schritte unternehmen und sich der Behandlung unterziehen möchte. Wir freuen uns sehr, dass die Kampagne ein großer Erfolg geworden ist. Ich habe von der traditionellen Methode gehört, die zur Korrektur des Lächelns angewandt wird, aber es war schwierig, eine Entscheidung zu treffen, da ich mindestens zwei Jahre hätte warten müssen, bevor ich das endgültige Ergebnis gesehen hätte. Als ich dann von der Clip-on-Smile-Methode hörte, beschloss ich, sie auszuprobieren. Ich bin in der Schönheitsbranche tätig. Viele schöne Frauen kommen in meinen Salon. Ich habe festgestellt, dass ein schönes weißes Hollywood-Lächeln die Kunden anspricht. Diese Erkenntnis hat mich zu dem Entschluss gebracht, meine Zähne begradigen zu lassen. Ich werde diese Behandlung weiterempfehlen. Heutzutage spielt das Image eine große Rolle. Diese Behandlung wird wahrscheinlich mein Image als eher ernste Geigerin verändern. Ich habe nie gelächelt. Aus einem dummen Grund eigentlich. Es schien mir nicht vorteilhaft. Jetzt wird sich einiges ändern, und ich werde das Studio auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin lebendige Werbung. Die Vorschau des Endresultats hat mich überzeugt, die nächsten Schritte zu unternehmen. Ich werde das Warschau Design Atelier auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich dort freundliche Leute mit Erfahrung getroffen habe. Traut euch. Es zahlt sich aus. Nach meinem ersten Besuch im Warschau Design Atelier und nach dem ersten Treffen mit Robert, bei dem er mir Schritt für Schritt erklärte, wie das Ergebnis aussehen würde, hatte ich bereits den Entschluss gefasst, die Behandlung machen zu lassen. Ich kann das Warschau Design Atelier jedem empfehlen, weil sehr professionell und individuell auf den Kunden eingegangen wird.